Olympia 84. Hier starten die größten, die schnellsten, die erfolgreichsten, die besten Athleten der Welt. Von den Besten der Besten gibt es jetzt bei Duplo und Hanuta Calvin Smith, Cornelia Hanisch, Edwin Moses, Peter Michael Kolbe und viele andere bekannte Spitzensportler zum Sammeln und Einkleben im aktuellen Olympia-Album. Und mit dabei Michael Groß, jetzt aktuell bei Duplo und Hanuta.